Hallo Sevo, einen wunderschönen guten Abend. Ich wünsche du da bist jetzt willkommen. Die neue Verstärkung. Ja, ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob er da sitzen bleiben kann. Aber er klammert sich so ans Mikro. Er lässt gar nicht los. Oh, ist das laut. Es scheint aber nur in dem Vormenü so laut zu sein. Wir haben noch eigentlich die Lautstärke eingestellt. Das war jetzt eben ein bisschen unangenehm. Ein bisschen sehr unangenehm gerade. Aber ich glaube, DocMeet muss gleich umziehen. Ich sehe nichts. Für Just Chatting ist das prima. Und der ist auch mega süß. Ich bin so süß. Ich habe in der Schulter sitzen. Das geht auch nicht. Wir sind im Maschinenlabor. Okay. Ich kann ihn mir auf das T-Shirt nähen. Und dann wie ein Pirat halt mit seinem Papagei laufe ich als Wastelander mit meinem Dogmeet durch die Gegend. Ich setze ihn mal hier vorne hin. Der guckt mich jetzt an. Und wenn ich was falsch mache, oh Gott. Der schaut richtig anklagend. Ich gucke nicht hin. Ich gucke nicht hin. Er guckt richtig anklagend gerade. Schock, einen wunderschönen guten Abend. Ein schönes Dabes. Herzlich Willkommen. Und Uranus, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Ein schönes Dabes. Herzlich Willkommen. Als Halskette. Ja, genau. Was würdest du daraus machen? Hm, vielleicht ein Hut oder eine Brosche oder eine Flugerdechse? Kennt das irgendjemand? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist das einer Komödie aus den aus den, Gott, weiß ich gar nicht. Aus den 90ern? Oder aus den 80ern schon? Oh Gott. Ich weiß es nicht. So, wir betreten ziemlich lange das Maschinenlabor, habe ich das Gefühl. Ich bin gespannt. Als Hut setze ich ihn aber nicht auf. Dann wäre der Name diese Dinger, diese kleinen halben Hütchen, die heißen ja Fascinator. Das wäre ja dann begründet, wenn ich so einen Hund als Fascinator auf hätte. Gibt es bestimmt auch. Kann man bestimmt in Großbritannien irgendwo sehen, wo man mit sowas rumrennt. Beliebte Taste. So. Oh ja, Dr. Calvinus Werkstatt. Ich entsinne mich, aber auch nur so halb. Wir hatten alles soweit vorbereitet, ja? Fertig gemacht? Ich gucke mal jetzt eben noch mal zu meinen Zielen. Was sind meine Ziele im Leben? Den Schlüssel der Leiche finden, okay. Nimm den Quartierschlüssel von Bellamy's Leiche an. Habe ich das nicht gemacht? Auf Karten. Wo ist er denn? In der Psychotronik. Da waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Nee, okay. Dann ist alles prima. Alles super. Okay. Ich muss mal eben ganz kurz gucken, wie das mit der Steuerung war. Das war nicht die Steuerung. Okay. Ich glaube, die Waffe ist schon mal ganz gut. Die ist auch nachgeladen. Und wir haben Geschütz dabei. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Das glaube ich nicht. Deine beiden Abstürze von der Brücke vom letzten Dienstag gibt es übrigens als Clip. Habe ich schon gesehen, Sevo? Ich konnte da bloß nichts drunter machen. Vielleicht kann ich das nachher. Manchmal habe ich das Gefühl, auf Discord dauert das ein bisschen, bis man das mit einem Emote kommentieren kann. Ist mir zumindest manchmal so danach. Beziehungsweise es kommt mir so vor. Mir ist nicht danach. Es kommt mir so vor. Das wollte ich sagen. Okay. Ich lasse das Geschütz erstmal hier. Wir gehen ja jetzt erstmal nur in die Werkstatt. Okay. Och Mann. F. Ich will immer die linke Maustaste benutzen, um irgendwas zu tun. Das sieht so nach Mimics aus. Hier kann alles eine Mimic sein. Wie war das nochmal? Mit V. Mann. Schon alleine das Erfüllen der Ziele reicht. Untersuche und repariere die Looking Glass. Ja, ja, gut. Deswegen sind wir ja hier. Das ist schon mal keine Mimic. Wie kommen wir denn da rein? Was ist das? Ist das ein Haikäfig oder sowas? Das müssen wir glaube ich runterlassen. Kann das sein? Ich glaube, das müssen wir runterlassen. Wir könnten... Ach Quatsch. Müssen wir gar nicht. Mann. Äh. Wir können einfach alles rausnehmen. Das ist sogar schon die Konsole. Ha. Nee, es ist nicht. Die ist unten. Okay. Und was ist das? Das ist ein Medikit. Oh, ich habe jetzt echt gedacht, ich würde jetzt hier was ganz Besonderes freischalten. Ich meine, ein Medikit ist was ganz Besonderes. Aber... Ich nehme doch, glaube ich, lieber... Wo war die? Aber zwei. Ich nehme lieber die Pistole. Wie steige ich denn? Mit sie. Okay, gut. Oh, jetzt geht das mit dem Quote schon wieder nicht. Na, ich muss sie sonst gleich mal eben wieder rausnehmen. Sonst kommt alle Nase lang. Versucht Stream Elements ein Quote abzulassen. Das habe ich immer noch nicht repariert. Erfolgreich die Tür erschossen, ja. Das ist bestimmt Member Only. Das darfst du dann als Server-Eigentümer nicht kommentieren. Ach so, das ist noch draußen, ne? Da gucken wir nach draußen, okay. Also hier springen doch gleich irgendwelche Mimics rum. Da liegen so viele potenzielle Sachen. Das hat es gerade mal kurz geleckt. Okay, das war ein echter. Ist ja gut, das war ein echter. Dr. Calvinus Thermos-Kanne? Kerbino, warum kann ich die nehmen? Und schmeißen? Oh, wir haben uns ja schon ganz schön Wumms drauf beim Werfen, ne? Ausgepflanztes Kabel. Wenn die jetzt wichtig waren, ne? Oh, ich muss auch mal wieder reinkommen. Ähm. Du bist auch echt? Äh. Äh. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay, was ist das für ein komisches? Das sieht so... Da müssen wir bestimmt noch hinbetten. Und diesmal, wir erfahren jetzt schon, dass da irgendwas ist und da müssen wir garantiert hin. Aber das sieht zum Beispiel aus wie etwas, was wir erledigen könnten, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ähm, nicht so wie dieses andere Teil, was die Luke das letzte Mal so blockiert hat. Whiteboard, Looking Glass. Achso, das waren die... Status von den einzelnen Whiteboards. Ah! Okay, das ist auch echt. Auch echt, alles klar. Diagnostik. Interessant, oder? Ich meine, wer beobachtet denn jetzt hier noch wen? Oder ist es automatisiert? Kann natürlich auch sein. Okay, die Technik der Regelkreise. Oh, was lesen, Gott sei Dank. Auszug aus dem Nachwort zu die Technik der Regelkreise von Sven Shred. An dieser Stelle greift eine Metapher. Normalerweise besteht das Ziel der Regelungstheorie darin, die Ausgabe eines Systems zu kontrollieren und mit der gewünschten Ausgabe dem Referenzsignal zu vergleichen. Die Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem gewünschten Signal, die Regeldifferenz, wird als Rückkopplung an den Eingang des Systems gegeben, um die Ausgabe näher an die Referenz zu bringen. Gute Regelkreise und gute Ingenieure lernen also aus der Vergangenheit. Ich habe kein Wort verstanden. Was ist das? Teile, kaputt ist, festplatten, links, bumms. Oh Mann! Ich vergesse immer, dass die Station auseinanderfällt. Okay. E-Mail. Äh, spezieller Reisebecher. Ähm, von Lorenzo Calvino an Mary Malinaro, spezieller Reisebecher. Mary, Dr. Calvino hier. Ich möchte, dass Sie einen Reisebecher anfertigen, der exakt 170 Gramm wiegt. Natürlich im leeren Zustand. Meine kraftlosen Hände brauchen einen leichten Behälter für meinen Kaffee. Ich lege als Dank auch ein gutes Wort bei Dr. Thorstein für Sie ein, okay? Re, von Mary an Lorenzo. Dr. Calvino, alles klar, ich kümmere mich sofort darum. Mary, okay, das war's. Wagenmodifizierung. Ähm, von Lorenzo Calvino an Clive Lawrence. Clive, Dr. Calvino hier. Modifizieren Sie einen der Wagen bitte so, dass Sie bei 170 Gramm ein An-Aus-Signal sendet. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn Sie fertig sind. Was wollte er damit bewirken? Warte mal, weswegen wollte er den Reisebecher so haben? Meine kraftlosen Hände. Oder war das ein Vorwand? Und wollte er irgendwie, wollte er die Mary damit kontrollieren? Oder wollte er irgendwas anderes damit machen? Ähm, genau, 170 Gramm. Technische Daten, Looking Glass von Jürgen Thorstein an Lorenzo Calvino. Lorenzo, ich habe einen Blick auf die Daten geworfen, die du mir geschickt hast. Ich sehe da ein paar Probleme. Mir war nicht bewusst, dass du die Rechenleistung und Speicherkapazität so stark runtergeschraubt hast. Was, wenn jemand dem Hauptserver mit der Rohrzange kommt? Was? Wer sollte denn den Hauptserver mit der Rohrzange schlagen? Und wenn, dann warst du ein Versehen? Schmiert dann das ganze System ab. Wie auch immer, komm vorbei, sobald du Zeit hast. Dann besprechen wir die Einzelheiten. Ich hätte ein paar Vorschläge, falls du dafür empfänglich bist. Jürgen. Die Thermoskanne als Schalter. Aber das ist doch ein Becher, ein Reisebecher. Oder ist das eine falsche Übersetzung? Das macht Sinn, ja, um irgendetwas, genau, um exakt nur das da drauf packen zu können. Jetzt muss ich das Ding gleich wieder suchen. Ich habe das durch das ganze Labor hier gepfeffert. Okay. Warte, was? Wo war es? Okay, wir sollten vielleicht mal dem Kabel folgen. Power Control. Da, wo ganz groß Power Control draufsteht. Da könnte man eventuell was machen. Einschalten. Keine Verbindung. Ja, so schlau wird hier auch schon, dass ich keine Verbindung habe. Und jetzt? Ah. Video-Wiedergabe. Test-Phase. Keine Verbindung. Okay. Dann machen wir mal eine Diagnose, oder? Netzwerk-Server-Diagnose. Der Server ist getrennt. Hm. Netzwerkeinstellungen vielleicht. Server-Verbindung wieder herstellen. Äh, warte mal, wo sind wir denn? Keine Ahnung. Wir überprüfen mal die einzelnen Server. Server-Status online. Hier auch. Vielleicht können wir ja mehrere Server wieder hochfahren. Verbindung wird wieder hergestellt. Woa! Gut gemacht, Morgan. Die Looking-Glass-Bildschirme sind wieder online. Gehen Sie schnellstmöglich zurück in Ihr Büro. Es ist wichtig, dass Sie den Rest Ihrer Nachricht hören. Wir treffen uns dort. Warum kann sie mir nicht sagen, was eine Nachricht ist, wenn das so wichtig ist? Ich will aber trotzdem die anderen Server auch gucken, dass wir die... Guck mal, die sind auch wieder online. Wir machen jetzt... Wir bringen jetzt alle Server wieder online. Könnte wichtig werden. Ich glaube, den hatte ich schon. Egal. Doppelt hält besser. So, jetzt haben wir alle. Bildschirmdiagnose. Wir machen jetzt alles. Alle Bildschirme betriebsbereit. Sehr schön. Und was war mit der Videowitagabe? Test. Und, äh, läuft es? Lichtfelderfassung scheint etwas heiß. Wo ist der Fotometer? Äh, äh, das Handgerät. Haben Sie ihn? Nein. Gestern hatten wir zwei. Jetzt finde ich nicht mal einen. Wir hatten immer nur einen. Unsinn. Haben Sie wohl vergessen. Okay, ich glaube, ich glaube, ich muss noch mal die, ähm, die Lautstärke der Sprachen. Audio. Die Sprachlaut... Die ist schon auf 35 runter. Ich mache die trotzdem noch mal auf. 30. Guck mal, machen wir so. 25, 30, 35. Prima. So, und was ist das andere? Das sieht so cool aus, wenn man da so rumgehen kann. Sie gehen? Ich dachte, wir wären fertig. Gut. Dann schalten Sie es aus. Sind Sie etwa wütend auf mich? Nein. Es, äh, es ist nur so spät. Gehen Sie. Schlafen Sie. Und Sie? Und ich? Ist schon in Ordnung. Ich mache das fertig. Okay. Ich schätze, wir sehen uns später. Schätzen Sie. Was? Sie sagen immer, schätze ich. Das klappt, schätze ich. Bis später, schätze ich. Sie sind Wissenschaftlerin. Schätzen Sie nicht, wissen Sie. Oder schweigen Sie. Das ist alles. Gute Nacht, Dr. Calvino. Terampiskantrolle. Okay, kann ich mal Italienisch? Ah, wo geht es denn? Warte mal, sind hier noch? Oh, es ist gut. Wir können in jeden Winkel gucken. Ah, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, was er macht. Jetzt bringt er jetzt genau so viel ab. Das ist mal ein verschlossen gewesen, das Ding. Oh. Ho, 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 ho. Okay. Und das war's. Übertragung. Oh. Aber das ist ja cool. Das heißt, wir hätten jetzt hier einmal rumlaufen können. Oh, Mann. Warte, kann ich ja noch mal ablaufen lassen. So, warte. Diagnose. Und, äh, läuft es? Lichtfelderfassung scheint etwas heiß. Wo ist der Fotometer? Äh, das Handgerät. Haben Sie ihn? Nein. Gestern hatten wir zwei, jetzt finde ich nicht mal einen. Wir hatten immer nur einen. Unsinn. Haben Sie wohl vergessen? Da ist er. Neuromod. Errungenschaft, Kaffeepause. Neuromod, Neuromod. Und Carinos Quartierkarte. Ja, hallo. Schön, schön, schön. Oh, das sind so, äh, solche kleinen Nicklichkeiten, die eingebaut sind, ne? Welch freundlicher Mensch, ja. So ein Una sola parola. Was heißt dit? Ich kenne nur Arturo. La, 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 la. Also, er hat bestimmt was sehr unfreundliches. Sagen wir es mal so, ne? Er wird nichts Nettes gesagt haben. Und ich wette, wenn wir jetzt in unser Büro zurückgehen, kriegen wir keinen freundlichen Empfang. Ja, aber ich glaube, hier haben wir alles, ne? Wir haben, ich jetzt, wir waren auf unserem Spaziergang draußen. Hier waren wir drin, haben alles mitgenommen. Die Phantomen haben wir auch alle, auch wenn die vielleicht optional gewesen sind. Oh, warte, wir hatten irgendwo jemanden. War das oben zum Heilen, ne? Oben, wir brauchen... Hallo, kommen Sie wegen eines Termins? Ja, genau. Warte, ich hätte gern einen Termin bei dir. Hui. Operator. Diagnostiziere. Sie hatten wohl einen harten Tag. Bitte, nein, Sie stehen. Es dauert nur einen Moment. So gut wie neu. Sie können einen Service-Fragebogen an einem Raum auffüllen. Ja, mache ich. Dann mache ich dann, sobald ich wieder ein bisschen... Ja, genau. Okay, und hier war einer für unseren Schild, ne? Hier war so ein Technik-Operator. Da ist er, der bleibt aber auch mal am Ort und Stelle. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Fertig. Dankeschön. Okay. Hier haben wir auch erstmal soweit alles erledigt. Da ist noch ein Geschütz. Ich nehme auch, glaube ich, ein Geschütz auf jeden Fall mit. Ich komme. Oh, hatte ich letztes Mal keinen Platz mehr? Wahrscheinlich. Das kann gut sein, dass ich keinen Platz mehr hatte. Okay. Jetzt kannst du sogar erraten, was es heißt. Ich habe mir das nicht gemerkt, was er gesagt hat. Das war das korrumpierte Ding. Wir nehmen... Ich versuche mal, das Geschütz mitzunehmen. Kann sein, dass wir es nicht können. Ich überlege gerade. Ich glaube, wir können ihn nicht mitnehmen, oder? Hallo. Kommen Sie wegen eines Termins? Guck mal, Luftlinie ist in unserer Büro gar nicht so weit weg. Ich befürchte ja, dass wir dann nicht einfach so hin... Ich habe es nicht gemerkt, was er ist. Ich habe es nicht gemerkt, dass ich es nicht gemerkt habe. Ich habe es nicht gemerkt. Nein, es ist gemerkt. du meinst du hast das perros geschrieben habe, ok? Non una sola parola. Nicht eine una sola sola, also nicht eigentlich sola parola. Nicht eine einzige Silbe heißt non una sola parola. Eventuell nicht eine einzige Silbe oder so. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe nicht schlecht gegessen. Vielleicht schlecht gesessen. Aber nicht schlecht gegessen. Ich wollte gerade sagen, die haben uns bestimmt noch irgendwas hingeschmissen, weil vorher konnten wir mal so in unser Büro. Jetzt können wir bestimmt nicht mehr so in unser Büro. Oh, eine durchgebrannte Platine. Die habe ich jetzt auch gerade. Eine durchgebrannte Platine. Ich denke, das war so weit weg. Der hat da ganz hinten. Das nützt ja nichts, wenn ich da, da, da ganz hinten. Da ist der Patrouille gelaufen. Oh ja, bitte. Operator. Please. Okay, ich muss einmal... Also, ich... Den Schild, weißt du die fünf Punkte, egal, aber ich will mich eben einmal voll heilen, weil das wird nicht der letzte gewesen sein. Okay. Äh, ja. Mach ich dann auch irgendwann. Ich kann mich aber auch nie... Ein Fazio mal eben hinstellen, ne? Malgab einen wunderschönen guten Abend. Tschüss und Tabis. Herzlich willkommen. Das mach mal. Stell die Lautstärke von 100 auf 3%. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Oh, hier. Big Bang Bon Bon. Klar. Hatten wir hier eigentlich alles? Wir hatten den Schneemann noch zerlegt, ne? Mr. Gloomy. Mr. Gloomy Gloomface oder irgendwie sowas? Ich hab keine Ahnung. Ich nehm mal alles mit. Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Platz. Was ist das? Ach so, das ist gar nichts. Ich nehm das Geschütz mit. Das ist wenigstens ganz. Okay, so reagieren nur die Phantome. Gut, du bist einsatzbereit. Ich, ich, ich nicht wirklich, aber ich tue's. Oh, das ist der Medizinoperator. Okay. Der ist unten. Der ist unten. Komm her. Komm, die können sich doch teleport... Ich hab immer Angst vor meiner eigenen Schutzbinde. Hier, komm. Schutz mich. Kann der nach oben kommen? Oh, ich glaube, er kommt die Treppe hoch. Nee, der rennt jetzt. Der eben hat sich doch auch teleportiert. Doch, er kommt die Treppe hoch. Oh, er kommt nach oben. Er kommt tatsächlich nach oben. Ich muss lauter schreien. Wieso man merkt, er mich ja nicht mehr verstehen kann. Weil er auf drei Prozent runtergedreht hat. Geh mir Mühe. Komm her, los. Komm schon. Du willst ein Stück von mir, holst dir. Warte, ich mach die Tür auf. Das hat der gerade gemacht, als er hingefallen ist. Das passt gerade so gut. Nachbarn klingeln schon bei mir. Die fragen schon, ob ich geistig genommen habe, oder so wieder geschrien wurde. Der hat aber echt gut gepasst. Hans, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Ignoriert bitte Stream-Elements mit Quote. Das klappt gerade. Warum will ich nicht klappen? Das andere? Wenn ich das selber eingebe? Ha, das klappt. Okay. Ja, ich weiß nicht, was mit Stream-Elements ist. Der will auch was schreiben. Oder die wollen auch was schreiben. Unter den geschützten Verstecken ist suboptimal. Agroziehen und Ausweichen ist besser. Ja, aber was machst du, wenn du hier nur so ganz, ganz eng operieren kannst? So, uff, uff, uff. So, über Bande. Wisst du? Deswegen habe ich jetzt einfach... Ich hatte Angst, dass der da ist. Ich wusste ja nicht, dass der da unten ist. Oh, warte. Das nächste Mal. Na klar, kann ich die essen? Ich sollte die... Nee, ich bin voll. Aber die kann ich mitnehmen, ne? Oh, die schönen Udon-Nudeln. Obwohl, es gibt auch so im Handwerk dann welche, die machen die mit ihren Füßen. Die kneten den Teig. Also, das ist natürlich in einer Plastiktüte der Teig. Aber ich habe das schon mal gesehen, was die... Okay, wer ist im Look? Alles klar, Uranus. Viel Spaß im Look. Ich bin so lustig. Ich würde mich auch gucken. Ja, dein Lieblingsquote. Hey, ich stehe da noch voll zu. Doch, ging, habe ich gehört. Doch, doch, Look, geht. Du hast es nicht gehört. Also, ich habe... Ich bin gar nicht da. Vielleicht muss ich ihn lauter machen. Aber eigentlich ist doch der Look dazu da, unauffällig zu sein. Ihr sollt ja dann diesen Command machen können, um leise zu sagen, Hey, hi, aber ich bin gar nicht da. Ja, also, wir lassen den so. Von dem Geschütz ist auch nichts passiert. Mir geht's gut, dem Geschütz geht's gut. Das ist super. Wir sind ein tolles Duo, finde ich. Das ist immer noch der Medizinoperator. Alles klar. Ach, können wir das überhaupt mitnehmen, das Geschütz? Wir müssen ja jetzt durch so ein Dings durch. Wir gucken mal, ob wir es mitnehmen können. Ich kann es nicht mitnehmen. Ich habe es gerade fallen gelassen. Ich muss Y drücken. Oh, ja, ja. Ach so, ja, ja. Ich sollte auch bestätigen, ne? Ich gehe morgen Hörgeräte shoppen. Ach so, ich dachte wegen meinem Schreien. Du meinst es, weil du es nicht gehört hast. Okay. Ja, ich warne schon mal alle Headphone-User hier. Alle Menschen, die einen Kopfhörer aufhaben, um es mal auf Deutsch zu sagen. Dieser Stream gefährdet ihr Gehör. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Ich vergesse das immer ganz gerne. Und der kam eben wirklich, der kam blitzschnell. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil der so weit weg war. Ich dachte, wir könnten uns hier in Ruhe eben eine Taktik einfallen lassen. Aber der hat sich gesagt, äh, Taktik? Nö. Der kannte mich. Der hat sich gedacht, Lissi, Taktik? Nein. Ach komm. Halt doch auf. Als wenn ich eine Taktik hätte. Schmeiß kann, stell dir Kopfhörer, Leck. So, lass mich raten. Wir haben uns jetzt so einige hier in den Weg gestellt, oder? Ich glaube nicht, dass wir jetzt unbehelligt. In unser Büro kommen. Guten Tag, Talos. Sicherheitshinweis. Haftnotizen, selbst gut versteckte, sind keine sichere Methode zum Aufbewahren ihres Terminal-Passworts. Haftnotizen sind keine sichere Aufbewahrung. Der war früher schon da, oder? Warum ist das Geschützdefekt? Aufbewahren ihresTem sole hat. meu помощью icherheitshinweis. Als wenn man sagt, da ist ein, das ist ein ganz allora geschCont relaxer, ist wahr. Angebot handeln ist keine schief-